Hallo liebe Gamergesellschaft, liebe Zuschauer, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Let's Play Cossacks 3. Ich bin Lieutenant Clark 2215 und weiter geht mit Türkei. Ja, sobald ich die Nation alle auf Schwierigkeitsgrad nochmal durch habe, werde ich einen Schwierigkeitsgrad anheben und auch vor allem Friedenszeit weglassen. Damit sich das halt nicht so zieht, damit das nicht extrem langweilig wird irgendwann. Aber klar, die Videos sind ja auch erstmal nur zum Reinschnuppern gedacht. Dass ihr jede Nation mal kennenlernt. Alles schön bequem, schön langsam, stresslos auch. Man soll ja auch erst den Zeh ins lauwarme Wasser stecken. Oder wie hat das Ted Mosby nochmal gesagt? Man steckt ja normalerweise erstmal den Zeh im Wasser rein, um herauszufinden, ob es heiß ist oder nicht. Und nicht gleich sofort reinspringen. Naja, langer Sinn, kurze Rede. Auf jeden Fall wird das auf jeden Fall noch sehr spannend werden. Ich habe übrigens auch meinen Cousin mal drauf angehauen, ob er vielleicht Bock hat, online auch mal was zu reißen. Ich weiß nicht, wann genau das sein wird, aber das ist dann, finde ich, auch der Überraschungseffekt. Ich habe da jetzt so gar nicht mal wirklich die genaue Zeit, wann ich denn mal irgendwie überhaupt spiele. Das ist eigentlich eher so ein spontaner Akt. Und es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Und es wird auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr. Und es wird auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr. Und es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr. Und es wird auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr. Und es wird auf jeden Fall noch sehr, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2021 Ja, wenn man nicht falls will mit den Bauern, dann kann man ja die Minen noch weiter ausbauen. Also bis zu 95 Bauern passen in eine Mine rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ja. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es bestimmt mehr Spaß, aber egal. Ihr könnt doch gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich freuen, wenn Fragen sind oder irgendwie so. Auch gerne kommentieren. Und ich würde sagen, bis dann.